Im Spiel des Abstiegsfavoriten gegen den UEFA Cup-Kandidaten, der Torwart des Vorletzten mit einiger Langeweile. André Alter beobachtete manche Peinlichkeit in der Dortmunder Abwehr und viele gute Chancen für seine Mannschaft. Lesniak, Klos. Ottmar Hitzfeld hat ja das Problem, dass zwei, drei seiner Defensivleute viel Mühe mit der Ballbehandlung und dem Spiel nach vorne haben. Dass sie, wenn überhaupt, gerade mal ihre Gegner abdecken, auch das klappte heute nicht immer Lesniak und Klos. Wattenscheid 0-9 dominierte, kämpferisch mit viel mehr Laufarbeit und überraschend auch spielerisch. Allein mit Übersicht bei der Borussia Matthias Sammer, der auch mit einer schicken neuen Frisur überzeugte. Seine Ideen jedoch verstanden die Mitspieler mitunter nicht. Als Danzelic mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Platz humpelte und Sammer auf die Libero-Position wechselte, wurde das Chaos in der Abwehr kleiner. Auch in der Offensive, ohne Riedle zunächst, wurde es ein wenig besser. Michael Zorc, zu zögerlich. Die erste ernste Möglichkeit nach einer halben Stunde. Alter bewies seine Fähigkeiten. Sein Trainer und sein Mannschaftskapitän trauen ihm durchaus zu, dass er seinen Weg machen kann. Der andere ist einer, der nimmt das eigentlich ganz gelassen und er bleibt ruhig in jeder Situation, er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und ich schätze ihn als ruhigen, gescheiten Jungen ein, der mit Sicherheit auch am Teppich bleiben wird, der, ich sag mal, genauso wie der Frank Hartmann das vorhin gesagt hat, ins kalte Wasser geworfen wurde, mit der Sache gut klarkommt. Sein drittes Bundesligaspiel, er liefert ordentliche Arbeit ab, ohne Fehler, aber auch ohne die ganz große Leistung. Andere haben halt mehr Routine, Stéphane Chapuisat zum Beispiel, mit allen Mitteln, mutig und frech. Hier springt ihm zwar der Ball vom Fuß, Paulsen legt ihn dafür mustergültig in den Lauf von Thomas Frank, 1 zu 0 in der 34. Minute. Durchatmen beim Trainer, neue Kommandos für den Spielgestalter. Da kommt Freude auf bei den 41.000, die inzwischen schon mit wenig zufrieden sind. Eine Inflation der Gefühle in einem Klub, in dem ein 17-Jähriger der Hoffnungsträger ist und in dem der Präsident schon drei Pflichtspiele ohne Niederlage als Erfolgsserie wertet. Nur zwei spielten gegen Wattenscheid wirklich gut. Erstens Stéphane Chapuisat, für den die alte Entelippensformel gilt. Du und ich in einer Telefonzelle und du kriegst eine Stunde keinen Ballkontakt. Zweitens Stefan Kloos, Garant des 1 zu 0 zur Halbzeit. Frank Hartmann mit guter Taktik, die Wattenscheider mit guter Moral, ihr Versagen im Angriff aber entschied diese Begegnung. Denn die Gäste ließen deutlich nach und der junge Torwart hatte ein paar Ballkontakte mehr als vorher. Den spektakulärsten dann bei einem Linksschuss von Gerhard Poschner. Die nächste Szene, zehn Minuten vor Schluss, ein Konter über Chapuisat brachte Alter die gelbe Karte und Dortmund einen Elfmeter. Und Michael Zorx 2 zu 0 bringt der Borussia wieder direkten UEFA Cup-Kontakt und die SG fasst sicher in die zweite Liga. Der Abstand wird immer größer und ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen können. Wir werden natürlich das Beste noch geben. Vielen Dank. Wattenscheid also ein Absteiger. Dortmund spielte noch schwächer. Trotz des Sieges deshalb keine Euphorie beim Trainer. Ich bin enttäuscht und ich möchte jetzt auch nicht stundenlang darüber debattieren. Ich werde mir sicherlich meine Gedanken machen, aber ein Faller beigeschlackt bleibt. Hitzfeld zu Pech, der ballsicherste Dortmunder im Stadion, kam ohne seine Fußballschuhe.